Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Und als kleine Vorwarnung, am Ende dieser Folge möchte ich dir etwas anbieten. Ja, so, kommen wir zu der aktuellen Folge. Wir alle, ja, wir alle leben in einer Zeit des Umbruchs. Viele gewohnte Dinge und Verhaltensweisen verändern sich ja gerade enorm. Ja, das Kaufverhalten bei Kunden, unsere Art der Kommunikation und auch, ja, unsere Arbeitsumgebung. Das ist gerade recht anstrengend für uns Menschen, denn egal, wie wir gestrickt sind, Veränderungen, deren Ergebnisse wir nicht vorhersehen können, ja, die machen uns Angst. Und durch die Digitalisierung haben wir Menschen oft das Gefühl, ja, unserer eigenen Entwicklung nicht mehr so hinterher zu kommen. Du erkennst das daran, indem du dir mal aufzeigst, ja, genau, ob dein Leben einfach langweilig ist. Wenn nicht, dann könnten Gefühle und Gedanken in dir hochkommen, als wenn da immer etwas am Drängeln ist. Oder wenn dein Leben gerade mal wieder irgendwie glatt läuft, dann grätscht etwas von der Seite rein. Das sind sehr typische Zeichen, dass dein Leben eher nicht langweilig ist. Meine Mutter übrigens freut sich über jede langweilige Woche sehr. Und ich kann sie da wirklich gut verstehen. Diese Gefühle und Ereignisse, ja, die hängen mal ausnahmsweise nicht unbedingt an deinem Selbstwert oder deiner Selbstliebe. Sie sind auch ein Ereignis der Digitalisierung der Welt. Die digitalen Systeme entwickeln sich rasend schnell weiter. Damit du ein kleines Beispiel über die Schnelligkeit der Entwicklung hast, möchte ich dir von einem Ereignis berichten. Ende 2017 gab es ein legendäres Schachspiel. Schach gehört zu den komplexesten Spielen, die die Menschheit je entwickelt hat. Und dieses Schachspiel wurde auf der einen Seite von einem Computerprogramm mit dem Namen Stockfish 8.0 gespielt. Dieses Programm wurde mit allen Schachpartien der Welt gefüttert und konnte 90.000 Schachzüge pro Sekunde berechnen, bevor es einen Zug machte. Also damit du ein Gefühl hast, wir Menschen denken so im Durchschnitt 60.000 bis 90.000 Gedanken am Tag. Der Gegner? Ja, der Gegner war auch ein Computerprogramm mit dem Namen AlphaZero von Google. Das Besondere an diesem Programm war, es hatte keine Ahnung von Schach. Es hatte nur eine Aufgabe, die lautete, lerne. AlphaZero siegte. Und es brauchte vom Zustand der totalen Unwissenheit bis zum Genie genau vier Stunden. Ich habe dir das nicht erzählt, um dich zu ängstigen. Es ist enorm wichtig zu wissen, dass alte, gewohnte Regeln des Lebens sich quasi sekündlich verändern. Und diese Veränderung überfordert uns. Wir benötigen einen Halt, ein solides Fundament, um unser Leben in dieser Zeit zu gestalten. Und dieses Fundament, das gibt es. Das ist etwas, was uns Programme nicht nehmen können. Das sind unsere Individualität und unsere Menschlichkeit. Und darauf wird es in Zukunft immer mehr hinauslaufen. Das Thema Personal Branding wird daher immer interessanter, denn es gibt uns eine enorme Möglichkeit, auf dieser Welt uns zu positionieren. Ich weiß, nur sehr wenige Menschen sehen in diesen Zeiten mit dieser Digitalisierung der Geschwindigkeit irgendwie eine Chance. Also ich bin einer davon. Denn es wird immer leichter sein, selbst zu leben und damit auch noch gutes Geld zu verdienen. Der alte Muster brechen auf. Nine-to-five-Jobs fallen immer mehr weg. Rumsitzen und warten, dass die Arbeitszeit endlich um ist, gehört bald der Vergangenheit an. Wir dürfen mehr Verantwortung tragen und unsere Persönlichkeit wird immer wichtiger. Das finde ich sehr gut, denn nur Persönlichkeiten übernehmen Verantwortung für ihre Tätigkeiten und unsere Welt. Wir Menschen wollen und werden immer lieber mit anderen Menschen arbeiten und zusammen sein. Okay, Ausnahmen bestätigen, wie immer die Regel. Die Möglichkeit, mit vielen Persönlichkeiten zu arbeiten, wird wertvoller und nachhaltig geniale Produkte und Dienstleistungen schaffen. Wir können unsere Fähigkeiten, unsere Werte endlich wieder bündeln und uns gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Alte Führungsstrukturen und Machtspielchen werden wegfallen und diejenigen, die nicht mit der Zeit gehen, die werden verschwinden. Die Qualität wird wieder im Vordergrund stehen und Schwindler werden es viel schwerer haben. Auch große Konzerne werden es immer schwer haben. Das finde ich besonders gut, denn Konzernstrukturen sind meiner Meinung nach nicht auf menschlichen Umgang miteinander ausgelegt. Unsere Aufmerksamkeit wandelt sich wieder zu Qualität, Authentizität und gelebten Werten. Und wenn du aufmerksam durch diese Welt gehst, wird dir auffallen, dass immer öfter von der persönlichen Marke, dem Personal Brand gesprochen wird. Das ist jetzt auch nicht unbedingt super neu, denn Psychologen, Coaches und Universitäten haben schon sehr lange davon gesprochen, dass Arbeitnehmer sich wie eigenständige Unternehmer betrachten sollten. Jeder hat seinen eigenen Vertrieb bei Vorstellungsgesprächen und Gehaltsverhandlungen, sein eigenes Marketing, so der Außenauftritt, also nicht nur Klamotten, sondern auch soziale Medien, Buchhaltung, Einkauf, Qualitätskontrolle und was es da noch alles gibt. Daher ist es nur logisch, dass wir auch eine Marke sind. Wenn du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast, dann wird es langsam Zeit. Es wird Zeit, dass du nicht den fatalen Weg gehst, den so viele Selbstständige vor dir gegangen sind. Viele Gründer glauben, dass sie nur ein Logo brauchen, damit ihre tolle Marke Erfolg hat. Das ist Unsinn, genauso unsinnig wie tolle Visitenkarten, Webauftritte, überteuerte Büroräumlichkeiten oder gelieste Autos. Das ist alles ganz nett, aber wenn diese Sachen nur aufgesetzt sind, dann bringt das alles nichts. Wir suchen ja fast alle Ehrlichkeit, ob es ein Single-Börsen ist oder wenn wir Dinge einkaufen. Das ist ja auch, naja, verständlich, denn niemand von uns wird gerne belogen, oder? Aber wie viele von uns leben denn das jetzt wirklich? Genauso ist das auch mit dem Personal Brand. Wer steckt denn wirklich hinter der Marke? In Zukunft wird es immer weniger festangestellte Menschen geben. Das steht jetzt schon fest. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Wir werden in Projekten zusammenkommen und am Ende trennen wir uns wieder. Netzwerke werden immer wichtiger werden und die Qualität unseres Auftritts, unserer Arbeit. Wer mobbt, wer lügt, wer seinen Worten keine Taten folgen lässt, wird keine Aufträge mehr bekommen. Das führt zu einer Umstellung, die uns Deutschen wohl am schwersten fallen wird. Wir müssen zu Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten werden. Wir müssen uns sehr genau einschätzen können, unsere Grenzen kennen und unsere Marke, also unsere Persönlichkeit ständig weiterentwickeln. Fachliche Qualifikationen und soziale Kompetenzen werden in Zukunft einfach vorausgesetzt. Wichtiger werden die Fähigkeit sein, zu träumen und diese Träume wirklich zu verwirklichen. Wir werden sehr zielgerichtet arbeiten und neue Technologien in unserem Leben mit aufnehmen. Diese Entwicklung zeigt jetzt schon, dass immer mehr Menschen ihre Passion und ihre Fähigkeiten mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbinden. Siehe mal die digitalen Normalen. Die nutzen die Digitalisierung, um ein völlig anderes Leben zu führen, als die Menschen so 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Also wie unsere Generation vor uns. Und wenn du heute über diese Menschen noch lachst, wirst du morgen vielleicht schon von ihnen überholt werden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass durch die Digitalisierung der Mensch wieder in den Vordergrund rückt. Da ist es so unendlich wichtig, dass du jetzt schon weißt, wer du als Marke Mensch bist. Du solltest deine genetisch veranlagten Bedürfnisse kennen. Denn daraus ergeben sich deine Kommunikation, deine individuellen Fähigkeiten, also die Dinge, die dir richtig liegen, deine Werte, deine Ecken und Kanten. Sie geben dir die Möglichkeit, Nein zu sagen und dein Leben nach deinen Vorstellungen wirklich ausrichten zu können. Du solltest deine Mission kennen, denn die lebst du ja jetzt schon, meist nur unbewusst. Das gibt dir die Klarheit für deinen Weg im Arbeits- und Privatleben und hilft dir, von diesen unsinnigen Work-Life-Gedanken mal wegzukommen. Du solltest deine Lebensphilosophie kennen, denn die leitet dich durch diesen Dschungel an Möglichkeiten. Lebst du das alles, hast du die Grundlage einer eigenen Marke gelegt und kannst sie weiterentwickeln. Eine Marke gibt Sicherheit. Sie gibt nicht an. Sie steht für ein Versprechen, für Qualität. Und als spiritueller Mensch gibt es mir der Gedanke Hoffnung, dass ein Mensch, der seine Marke lebt, auch ein achtsames Leben führt. Er tut nämlich nichts, was seiner Marke schadet. Das kann er nur, wenn er sich wirklich bewusst macht, was er tut. Schlecht über andere reden, lügen, mobben, Worte verdrehen, anschwärzen. Ja, das wird es nicht mehr geben. Und wer es tut, ist schneller weg, als er bis drei zählen kann. Menschen, die keine Verantwortung in Firmen oder im Leben übernehmen wollen, die werden sich sehr schnell umgucken. Und das Wissen um seine Bedürfnisse, seine Werte, seine Mission und Philosophie sind die Grundpfeiler einer guten Marke. Die Grundpfeiler, die bauen sich ja auf deinem Alleinstellungsmerkmal. Also, was ist deine Positionierung, die Relevanz für die, die ich dich buchen soll, also deine Mission. Auf Vertrauen. Wenn ich mir so manche Werbung ansehe, werde ich eher vorsichtiger. Daher solltest du genau wissen, womit du wirklich Vertrauen aufbaust. Und, ganz wichtig, ein Netzwerk. Jahrelang haben wir gerade in Deutschland über Vitamin B geschimpft und waren ja doch alle in Vereinen. Also, nutze mal bitte deine Kontakte sehr bewusst. Als Personal Brand solltest du dir immer sicher sein, dass die Menschen gut über dich reden. Wenn du nicht im Raum bist. Ist das nicht der Fall, dann ist deine Positionierung und Ausrichtung vielleicht noch nicht gut genug. Oder du bist einfach an die verkehrten Menschen geraten. In Deutschland ist der Gedanke eines Personal Brands noch revolutionär. Wir können natürlich sagen, ach, das ist wieder so eine Idee aus Amerika. Und das kann sein. Doch frag dich mal bitte, wie viele Ideen aus Amerika in Deutschland plötzlich umgesetzt wurden. Ja, so Konzerne zum Beispiel. Menschen als Zahl zu sehen. Die Einteilung der Arbeitswoche in Arbeitstage und Wochenende. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass diese komischen Ideen aus Amerika dein Leben nicht prägen, dann verschläfst du vielleicht gerade eine wichtige Entwicklung. Wer als CEO, als Geschäftsführer, Führungskraft oder Mitarbeiter nicht erkennt, wohin der Weg der Digitalisierung geht, der wird eine wilde zukünftige Fahrt vor sich haben. Deine persönliche Marke steckt in dir. Sie ist schon da und du lebst sie zum Teil auch, wie eben schon gesagt, meist unbewusst. Du hast sie nur noch nicht in deinem Bewusstsein geholt und erkannt. Mach sie dir bewusst und baue sie jetzt schon in deinem Leben ein. Dazu gehört die Entscheidung für dich selber. Die Entscheidung, dass du als Marke Mensch einen ganz bestimmten Wert hast. Und diese Entscheidung, diesen Wert bewusst und wie selbstverständlich zu leben. Dann wirst du ganz vorne mit dabei sein, wenn es so richtig losgeht. Und losgehen wird es. Wahrscheinlich früher als wir denken. Denn wenn ich ehrlich bin, das hat ja schon längst begonnen. Und ich habe noch ein paar Fragen, die dich inspirieren sollen, über deine Marke mal nachzudenken. Was sind deine wirklichen Werte? Lebst du sie schon zu 100%? Was unterscheidet deine Werte von deinen Bedürfnissen? Was ist deine Mission auf diesem Planeten? Und glaub mir, jeder von uns hat so eine. Wie siehst du die Welt? Worin bist du wirklich gut? Was wird über dich erzählt? Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, werden dir diese Fragen bekannt vorkommen. Denn Persönlichkeitsentwicklung ist für mich Markenbildung. Umso besser du dich kennst, desto schärfer wird deine Marke. So hast du ein sicheres Fundament und kannst viel gezielter dein Leben planen und weiterentwickeln. So, und zum Ende, jetzt kommt meine Andeutung, mein Angebot. Zum Ende kommt jetzt meine Ankündigung. Wenn du dich auf den Weg machen möchtest, um deine Marke zu entwickeln, dann biete ich dir eine Chance. Diese Chance wird wohl das Jahr über bestehen. Ich bin Deutschlands einziger Groupon-Coach. Falls du nicht weißt, was Groupon ist, das ist eine Plattform, auf der du eine Menge toller Gutscheine erwerben kannst. So von Massagen über Essen und bis hin zur Kleidung. Und für mich ist ja immer die wertvollste Investition in sich selbst. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, das ein tolles Verkaufstool ist und weil ich gerne meinen intrinsischen genetischen Antreiber-Idealismus, also Gerechtigkeit für alle, bedienen kann. Ich kann so auch Menschen mal ein Coaching erleben lassen, die ja sonst keine Möglichkeit dazu haben. Mich findest du in Hamburg oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Und auf Groupon biete ich die Möglichkeit sehr, sehr günstig an, dass du dich zwei oder vier Sitzungen coachen lassen kannst. Das können wir ganz bequem auch über Skype oder Zoom machen. Du brauchst also nicht extra dafür, nach Hamburg zu kommen. Es gibt nur eine Sache, die ich dir direkt sage. In den Groupon-Sitzungen werden wir nicht sehr tief in das Coaching einsteigen. Ich möchte nicht, dass du in einen tiefen Prozess gehst und am Ende quasi mich weiter buchen musst. Das ist nicht der Stil, mit dem ich verkaufe. Wir können ein paar Themen ansprechen und auch Lösungen finden. Eine Markenentwicklung dauert da etwas länger und benötigt auch eine andere Herangehensweise. Doch oft helfen schon ein paar Sitzungen, damit die Menschen ihren Weg erkennen. Also gönne uns beiden ein wenig Zeit miteinander und beschenke dich. Werde nicht Teil von der Zukunft. Sei die Zukunft und gestalte sie mit. Für heute sage ich Tschüss und beende das und sage bis dann, der Jan.